Ich will nicht... Tickets und alles mögliche sind im Artikel verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir spielen heute FIFA mit dem Andres Torres in der Red Bull Arena in Salzburg. Servus! Grüß dich! Freut mich auch! Das ist die Spielerkabine. Hier hängen alle Trikots von unseren Spielern. Und da hängt auch meins. Oh ja. Schaut uhrgeil aus. Da waren's. Pass mal auf. Was kommt jetzt? Ich habe auch eins für dich. Na oder? Ja. Steht mein Name drauf? Blödsinn. Urgeil. Danke. Bitteschön, kein Problem. Danke, danke. Okay, was hättest du für Tipps für einen FIFA-Anfänger wie mich? Also mach dich erst einmal mit den Basics vertraut. Lerne einmal das Spiel kennen. Wenn du dann soweit bist, probiere mal andere Formationen aus. Okay. Finde deinen eigenen Spielstil. Okay. Und den dann eben halt auch perfektionieren. Okay, machen wir. Gehen wir kicken? Gehen wir, machen wir's. Auf geht's, oder? Ja. Passt. Was muss ich drücken? Also, ich erklär dir kurz, wie das Spiel läuft. Ja. Mit X tust du passen. Ja. Mit Kreis tust du schießen. Ja. Mit Viereck tust du flanken. Mit Dreieck tust du einen Laufpass. Okay. Und wenn du Start drückst, hast du unten rechts aufgeben. Und dort drückst du dann, wenn's dir genug geht. Okay? Gefasst. Ja, ich nehme Refus Hasbro. Nehme ich Rapid, oder was? Ja, du kannst nehmen, wenn du bist. Ich nehme Rapid. Ich kenne gar nichts. Mach mal. Er wechselt der einen Spiel nach dem anderen. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich hab einfach okay gedrückt. Auf ein gutes. Wie krieg ich eine gelbe Karte? Einfach reinrutschen, oder? Eine gelbe Karte willst du? Nein, eigentlich nicht. Aber ich will dich stoppen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Dein Tor hinst du nur, Fred. Aber 16 Minuten ohne ein Tor. Schau, wie frech, halt. Was er macht. Okay, wie viele Tore glaubst du? Äh... Fünf? Sieben. Sieben? Okay, wenn du sieben Tore schaffst, darfst du mich ausschwätzen. Wenn ich ein Tor schieß, darf ich dich ausschwätzen. Okay, 2-0. Das war vielleicht ein Fehler. Nein, als ob du jetzt wieder einen Tor hast. Nein. 25 ist der 3-0, gell? 90 Minuten geht's. Alter, geh zurück, du musst das Tor beschützen. Genau, wo du es sagst. Boah, der war aber wirklich schön. Der war genau ins Kreuzzecker. Da bist du wahnsinnig. Der war... Auf dich, Monas. Nein, ich glaube, das wird's. Nein, nein, nein. Ja, vamos, Trello. Aber das geht schnell, gell? Hast du in der ersten Halbzeit gesehen? Schade. Boah, das war mein erster Torschuss. Schuss würde ich es nicht nennen, aber... Nein? Nein? Ja. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. 84. Minute. Oh Gott, das wird so knapp. Da werden alle drüber. Jaaaa! Nein! Neu! Neuzigste Minute! Neuzigste Minute! Buda ist da, Buda! Oh Gott! Ich hab mich so gut gehalten, das war so knapp. Neuuun! Aus und vorbei. Aus und vorbei. Auf das, was jetzt gleich kommt, freu ich mich nicht. Ich schon. Aber ich bin ein Mann der Erde, ein Mann meines Wortes. Wir ziehen das durch. FIFA, nicht ganz so mein Spiel. Aber wenn ihr drin besser seid, habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Glück, denn das gibt's auch beim Event im November in Wien dann als Turnierformat. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und wir sehen uns in der nächsten Folge in ein paar Wochen. Haut rein, ciao!